So, hier bin ich richtig. So, ganz ruhig. Oh, das war ein übler Move. So, die sind ja ganz easy alle. Ach, nochmal denselben Trick. Überraschung. Na, einer hat uns gesehen, der da oben. Okay, warum das? Oh, nee, das ist wieder so ein Schutztypi. So, auf den hier. Wir müssen noch laden. So, und da ist der Schutz perfekt. Und Wanddurchbruch. Ja, da wird alles ab... Oh, jetzt wird es aber übel. Schutz und Damage hier. Beziehungsweise nur noch Damage. Oh, der bleibt einfach auf der Treppe stehen. Idiot. Na ja, der macht auch so viel Damage mit seinem Schießen. So, wer will noch? Keine mehr. Oh, Hallöchen. Ja, kommt der, kommt der, kommt und... Überraschung. Oh, der war daneben. Haha, Idiot. So, noch vier, zwei kleine. So, hier hinten haben wir fast. Können wir das Fahrrad kaputt machen? Komm, flieg runter. So, nee. Hallöchen. Du bist tot. Schau, es ist Billy. Wo ist Billy? So, schon wieder die Schießenden, hey. So ein bisschen gelben Strahl da im Bauch. Oh, Mann. Fast hätte es geklappt, als er auf seinen Kollegen schießt. So, einmal noch. Na, schießen kann ich auch. So, oh, Granate. Von da hinten. So, haben wir exklusiv vier Fässer. Hat voll viel gebracht. Da oben. Okay. So, kommen wir mal kurz noch in die Points rein. Beim Hammer, Hammer alles. Beim Hammer, Hammer. Ah, okay. Hört sich komisch an. So, hier können wir Patronen noch erhöhen. Und die Feuerrate. So, hier haben wir nicht so viel. Okay. LB. So. Wow. Ah, das ist ja mal geil. Das erinnert mich aus irgendeinem Film. Aber ich weiß gerade nicht aus welchem. Beziehungsweise eigentlich eher so aus Matrix. Okay. Wirft da die Waffe hoch. So, hier haben wir alles. So, da hinten. Kommt sie mit dem Boot. Ah, alles klar. Oh, mit rauf. Hop auf, mein Darlene. Have I ever told you that you're my favorite dead girl? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying. I'm crazy for crying. Wait, what the hell? Oh, shit! 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 Oh, that wasn't so bad. We could have done that with our eyes. Oh. Ah! Hey! Hey! Look over here! Behold, the treasure of the great mutant of Transmutation. Under his rules, society learned that greed has its price. So, here have we already got the love. Now we're going to get the spirit. Open up! Oh, das war ja so klar, das war viel zu einfach. So, wir müssen hier nach oben. Die Bootshörde war viel zu schillig, dass wir da hier einfach an die Fische hingehen. Oh. Alter, oh. Alter, warum war der gerade so groß? Was? Alter, hier regnet's. Oh, ne, Kriste. So, was haben wir hier? Den Puglio, the amazing, the amazing Den Puglio will now read your mind. Oh, je. You are guessing of a number between one and ten. Okay, zwei. Your number is? Ähm, banane. Never banane. You mind, like a sack of angry bellets, gnashing their way to freedom? Ah, the mighty dead Puglio can not read your mind. You must be the chosen one. Ah, Tobi, der Auserwählte. Das war ein Test? Banane? Einfach an Bananen denken? Alles klar. Oh, Hallöchen. So, wo müssen wir hin? So, weiter hoch kommen wir nicht. Aua. Hutsch, 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 hutsch. Jetzt müssen wir hier hoch. Oh, hier gibt's ja. Alter. Ballert der in die Höhle rein. So, hier gibt's keine Prüfung. Zu dem Dickkopf hier. So, warte ich mal wie hier raus. Ja, vor allem, wir haben die so aufgepimpt. Oh, der macht so wenig Schaden. Vor allem, ich bin die Muni gleich leer. So, mal kurz nachladen. Na, super. Und schon leer. So, wo müssen wir hin? So, müssen wir den erstaunen machen. So, warte mal, können wir vielleicht noch die Pumpe aufpimpen. So ein bisschen. Feuerrate, Patronen. Ja, aber kein Schaden halt. Ein bisschen blöd. Oh, der ist ja mal nur die Knarre. Alter, wo müssen wir hin? Oder untenrum? Nee, auch nicht. So, wir können mal ein bisschen umschauen. Auch, 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 auch. So, hier haben wir so einen riesen Hebel. Können wir aber nicht betätigen. Oh, was ist denn hier? Ähm, yo. Antworten musste ich aber irgendwie nicht. So, hier sind lauter. Okay, das Schnee kann man aber nicht aufmachen. Warum bin ich jetzt klein? Warum bin ich jetzt groß? Ist ja auch mal geil. Das kann man ja, glaube ich, nicht in den Hebel hier auch betätigen als großer Deadpool. Na toll, das Rattenloch. Das heißt, jetzt müssen wir klein werden und dann da durchgehen. Alter, sind wir richtig fix unterwegs. Na toll, dann werde ich wieder normal. Ah, ja, okay. So, der letzte Test ist vielleicht da hinten. Ah, nee, nicht da. Ich meine da. Da waren wir schon. Aber da, nee, da steht immer noch nichts. Ah, hier oben. Aha. So, was schlägt Stein? Natürlich Papier. Was schlägt Ninja? Ähm, Cowboy-Bär. Ninja, oder? Oh, Punktabzug. Ähm, Bär? Okay. Was schlägt Fuß? Äh. Keine Ahnung, aber geil, oder? Was schlägt ein Mensch? Was schlägt ein Mensch? Natürlich Elefant. Eis. Eis schlägt Feuer. So, der Dickkopf, der Fliegende. Na, der fliegt da immer noch hinten rum. So, warum habe ich jetzt so einen tollen Hut? Juhu! Ich bin zurück! So eine tolle Kraftbedeckung. Oh nein, Explosive. So, dass er hier nicht die Stellung halten kann. Ja, schon wieder aufräumen, bis wir mal zurückkommen. Das können wir leider noch nicht platzieren. So, der ist runtergeflogen. Der fliegt auch runter. Oh nein, das fliegt so hoch. Alter. Oh, das ist wieder voll zur Sache. Also, ich wollte gerade sagen, das ist ein großer, aber das ist ja Cable. Hat der so einen Flapschwerter? Oh, nicht gesehen. Komm, unten wieder ins Wasser. Oh, ich gehe auch mit. Ui, das war... Äh, wo bin ich? Das ist da hinten. Oh, der ballert gleich wieder, oder? Nee, doch nicht. Du bist ein Bustard mit dem? So, der da. Kommt da runter mit dir. So, ich wollte nur hier noch die Points einsammeln. Ich glaube, es ist ja nicht so. So, ich weiß, was ich nicht zu retten? Bei wer dich hinschtern? Ich weiß, wie soll ich das ausschauen? Ich weiß, was der kleine hat wirklich niemand. Oh, was er im Wetter. Was er nicht so lebt? Ich weiß, dass ich nicht mehr, wenn ich nicht mehr zurück bin. Ich weiß, was ich nicht mehr. Also, wenn ich nicht mehr zurückkommen bin, Все haben wir immer wieder. Das alles wiederholfen. Also, ich verstehe ober. Also, was hier passiert. jetzt müssen wir darüber ob es ein bisschen daneben wir müssen da über die komischen balken